Hier sehen Sie das OptiKline C614 von YenOptik. Das ist ein optisches Wellenmessgerät für rotationsgedrehte Bauteile, um Form und Kontur außen an Bauteilen zu vermessen. Das Wellenmessgerät ist für jeden interessant, der in der Fertigung oder im Messraum sehr schnelle und hochpräzise Ergebnisse haben möchte. Das Besondere daran ist, erstens, eine Komplettmessung dauert nur wenige Sekunden und ist hochauflösend und genau. Zweitens, durch die robuste Bauweise ist das Gerät absolut fertigungstauglich und wartungsarm. Und drittens, es ist sehr flexibel durch einen schnellen Wechsel der Spannmittel. Das schnelle und hochgenaue Messen direkt an der Bearbeitung ermöglicht eine sofortige Kontrolle der Produktion und Anpassung der Fertigung. Der Hauptnutzen des OptiKline C614 ist die Kostensenkung durch nicht produzierte Fehlteile. Mehr dazu um Willenssotion. Entschuldigung. .. Vielen Dank.